Ich zeige dir heute die iCrimax-Familie in Minecraft. Es gibt den kleinen Baby-iCrimax, das Mädchen-iCrimax, die Mama-iCrimax und den ultrareichen Papa-iCrimax. Und du glaubst nicht, was Papa-iCrimax am Ende des Videos macht. Hallo, ich bin Baby-iCrimax aus der iCrimax-Familie und es freut mich, dass du hier bist und unser Leben kennenlernen möchtest. Ich bin der Sohn der Familie und nachher wirst du auch noch Mama und Papa kennenlernen. Und heute möchte ich euch was zeigen, denn ich möchte genauso wie Papa ein bekannter YouTuber werden. Ich habe hier eine kleine Kiste vorbereitet und in dieser Kiste befinden sich Sachen. Hier sind meine Sachen, die ich benutzen werde, um ein Video aufzunehmen, meine Kameras. Und dann fahren wir jetzt direkt mal los mit meinem kleinen Go-Kart und mal ganz kurz gucken, ob Mama und Papa da sind. Also Mama-iCrimax und Papa-iCrimax. Ihr müsst auf jeden Fall Mama-iCrimax kennenlernen, Freunde. Die wird euch eine richtig coole Geschichte nachher zeigen. Und meine Schwester? Ist meine Schwester da? Ne, die werdet ihr aber auch noch kennenlernen. Auf jeden Fall bleibt unbedingt dran, um alle kennenzulernen. Und jetzt fahren wir mal ganz kurz dahin, wo ich das Video aufnehmen möchte. Und dafür fahre ich mit meinem coolen Kart, Freunde. Und damit bin ich nämlich so, so schnell. Guckt euch das mal an, Freunde. Mit diesem Kart bin ich einfach der Schnellste. So, okay. Also wir fahren mal hier hinten hin. Und aua, das sollte nicht so passieren. Wo war denn das nochmal? War das hier? Oh, ne, Freunde. Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Ihr müsst wissen, ich darf eigentlich noch kein Auto fahren als Baby-iCrimax. Aber, naja. Ich hab das mal bekommen. Deswegen ist es auch jetzt nur halb so schlimm. Und wenn ich jetzt hier weiterfahre, müsste sich was befinden, Freunde. Und als erstes ist es wichtig, weil ich möchte ja auch ein großer, bekannter YouTuber werden wie der Papa, muss ich jetzt die Kameras ausstellen. Und zwar stellen wir einmal eine Kamera hier hin. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mein Papa iCrimax kennt. Das würde mich mal interessieren. So, also hier die erste Kamera ist aufgebaut, Freunde. Und jetzt werde ich nämlich eine kleine Bau-Challenge drehen. Ich muss innerhalb von einer Minute eine Achterbahn bauen, Freunde. Und das muss richtig schnell gehen. Und zwar müssen wir innerhalb diesen 60 Sekunden die krasseste Achterbahn bauen, die man bauen kann. Aber das, wie gesagt, ist in der Zeit. Jetzt hier noch das Mikrofon, dass man alles hört, Freunde. Und dann würde ich sagen, Greenscreen, den brauchen wir nicht. Den können wir weglegen, Freunde. Und das hier sind unsere Materialien, um eben eine Achterbahn zu bauen. Und wir haben nur eine Minute Zeit. Das heißt, die Zeit ist richtig begrenzt. Und mal gucken, ob wir das hinbekommen können. Also, Freunde, stoppt die Zeit. Es geht los. Wir haben eine Minute Zeit, um die schnellste Achterbahn in Minecraft zu bauen. Schnell, 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 Freunde. Ich hoffe, die Kameras laufen. So, hier würde ich sagen, gehen wir nach oben. Zack, zack, zack. Und ihr müsst unbedingt die Zeit mitstoppen. Und dann bewerten, wie cool die Achterbahn war. Okay, jetzt hier runter. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir so hier so einen kleinen Berg hoch. Zack, Freunde. Zack, zack. Okay, okay. Wie lange haben wir noch Zeit? Ich habe leider keine Uhr da. So, schnell hier hoch. Wichtig, wichtig, wichtig. Dann müssen wir hier noch weitergehen, Freunde. Oh mein Gott, ich bin gespannt, was auch Papa dazu sagt. Ob er sich auch angucken wird. So, okay. Also, das sieht doch schon mal gut aus. Wir haben keine Redstone-Fackeln, Freunde. Nein, 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 nein. Die habe ich wohl vergessen. Und viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Schnell, schnell, schnell. So, ich glaube, das sollte es gewesen sein. So, noch zehn Sekunden ungefähr. Okay, okay, okay. Schnell, schnell, schnell. Hier die Schienen verlegen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Nein, 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 nein. Hier wegbauen. Schnell, 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 Freunde. Wir haben nicht mehr so lange Zeit. Wir haben nicht mehr so lange Zeit. Nein, nein, nein. Das klappt auch nicht. Das klappt auch nicht. Dann müssen wir das eventuell so bauen. Schnell, schnell, schnell. Die Zeit rennt uns davon, Freunde. So, schnell, schnell, schnell. Ey, das geht doch schon wieder viel zu lange. Und jetzt hier. Und das sollte reichen, Freunde. Also, wir haben innerhalb von einer Minute diese Achterbahn gebaut. Und ich finde, für eine Minute ist sie echt gut geworden. Jetzt müssen wir sie noch testen, Freunde. Und danach lernt ihr erst mal meine Schwester kennen. Und bleibt unbedingt dran, bis Papa kommt. Denn Papa, der ist einfach so lustig. Aber erst da testen wir die Achterbahn. Und ja, Freunde. Das macht riesen Spaß. Und wow, Freunde. Okay, ich würde sagen, jetzt lernt ihr erst mal die Tochter kennen. Meine Schwester. Viel Spaß mit ihr. Hallo, Freunde. Ich bin die Tochter iCrimax. Also das kleine Mädchen iCrimax. Und das hier ist mein bester Freund Pixel. Also mein kleiner Hund. Und ich würde sagen, wenn du Hunde magst und Tiere generell, dann lass mal jetzt ein Like für mich da. In 3, 2, 1, jetzt. Dankeschön. Und ich zeige dir heute ein richtig cooles Abenteuer mit Pixel zusammen. Denn Pixel und ich wollen den Zombie-König töten. Und ich würde sagen, dafür brauchen wir deine Unterstützung. Und du kommst mit, oder? Hast du Lust auf dieses Abenteuer? Ja, darauf habe ich doch gehofft. Dann würde ich sagen, packen wir unsere Sachen. Ich habe hier eine Kiste vorbereitet. Und da ziehen wir uns erst mal die Rüstung an und die ganzen anderen Sachen. Sprich, wir ziehen uns hier diese Eisenrüstung an und sind jetzt schon mal richtig gefährlich aus. Freunde, habt ihr schon übrigens den Rest meiner Familie kennengelernt? Ihr müsst unbedingt den Papa später kennenlernen. Der hat ein richtig krasses Abenteuer für euch. Aber erst, da zeige ich euch mal was. So, also wir haben alles richtig ausgerüstet hier. Okay, ich würde sagen, Pixel, Pixel, wo bist denn du? Ach, da bist du ja, Pixel. Komm mit, wir gehen nach unten. Wir gehen jetzt den Zombie-König erledigen. Und ich nehme mal ganz kurz noch eine Kamera mit. Vielleicht können wir ja auch einen Vlog drehen oder sowas. Irgendein Real-Life-Video. So, also Pixel, wo bist du denn? So, hallo Pixel. Du bist so süß aus wieder, Freunde. Ich liebe einfach meinen kleinen Pixel. Pixel ist mein bester Freund, seit ich klein bin. So, und wir gehen jetzt zur Zombie-Höhle. Denn ihr müsst wissen, Freunde, in unserer Stadt gibt es einen riesigen Zombie-König. Und der befindet sich hinter dieser Höhle hier. So, komm mit, Pixel. Du darfst hier nicht stehen bleiben. Das ist gefährlich. So, Freunde, also, ihr seht, hier sind schon viele Skelette. Hier ist ein bisschen Spinnweben. Hier sind schon einige Leute dran gestorben. Und, Freunde, hier unten ist der Zombie-König. Guckt ihn euch an. Der hat einfach eine riesen Krone auf. Oh, mein Gott. Wenn der sich dreht, bekomme ich ja schon richtig Angst. So, wir stellen mal ganz kurz hier die Kamera auf. So, dass wir das filmen können für unseren Vlog. So, die Kamera steht, Freunde. Okay, und diese Typen hier sehen irgendwie gar nicht mehr so glücklich aus. Freunde, ist das vielleicht doch keine gute Entscheidung? Naja, Papa wird es auch machen, Freunde. Naja, also, wir gehen mal runter. Hey, Zombie-König. Ich bin Baby-I-Cry-Maxi-Tochter. Ich hoffe, du hast kein Problem mit mir. Denn ich habe eins mit dir. Komm her. Oh Gott, wir haben ihn getroffen, Freunde. Schaut ihn euch an. Er schaut uns direkt richtig böse an. Aber naja. Komm, den holen wir uns. Wir gehen runter. Ich würde sagen, Pixel hilft uns jetzt auch. Komm, Pixel. Wir holen uns den Zombie-König. Dafür mache ich dir nochmal ganz kurz den Weg runter. So, das muss ich auch unbedingt meinem Bruder später erzählen. Und meinem Papa und allen. So. Hey, Zombie-König. Pixel und ich sind bereit, um dich zu zerstören. Du hast ja nichts zu suchen in der Stadt. So, wir zünden ihn mal kurz an. Ja, Freunde. Leute, guckt euch das an. Wir treffen ihn. Komm her, Zombie-König. Nimm das. Nein, 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 Freunde. Er geht auf mich drauf. Hier, Pixel, hilf uns. Pixel. Pixel. Komm, Pixel. Nein, nein. Jawohl, Pixel. Du hast den Zombie-König erledigt. Das war richtig gut. Aber... Wartet mal. Was ist denn hier? Das war noch nicht alles. Habt ihr das auch gehört? Ich glaube nicht. Wartet mal. Ich glaube, hier muss noch irgendwas sein. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Freunde, ich bin gerade ein bisschen ängstlich. Irgendwas ist hier doch noch, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Hey, Pixel. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mal gucken, ob da unten noch irgendwas ist? Wartet mal. Wir müssen noch mal gucken. Irgendwas ist doch hier unten. Freunde. Wir haben hier noch ein Zombie-Loch geöffnet. Oh mein Gott. Pixel. Pixel, Pixel, Pixel. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Sonst bin ich hier gleich Matsch. Pixel. Wo bist denn du? Nein, 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 nein. Sie gehen auch auf Pixel drauf, Freunde. Die Zombies. Die Zombies. Lasst uns in Ruhe, ey. Geht weg von uns. Wir wollen doch gar nichts. Freunde. Freunde, wir haben den... Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Oh mein Gott. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Nein, nein, nein. Ich habe keine Blöcke. Ich habe keine Blöcke. Ich habe keine Blöcke, Freunde. War das etwa alles nur ein Traum, Freunde? Pixel. Da bist du ja. Aber ich dachte schon, wir hätten gerade gegen den Zombie-König gekämpft. Naja, Freunde. Ich würde sagen, ihr seht jetzt erstmal das Leben von meiner Mama. Wo ist sie denn? Mama. Wir suchen dich. Komm mal her. So, jetzt muss ich hier noch ein paar Samen platzieren. Hier noch ein bisschen und... Hä? Oh, hallo. Da seid ihr ja. Ich bin die Mama von der iCrymax-Familie. Wie geht es euch? Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr schon da seid. Aber naja, ich habe hier gerade noch das Beet gemacht. Denn ich möchte neue Blumen platzieren hier. Und ein bisschen Weizen brauchen wir auch. Aber ihr wollt natürlich was anderes sehen. Und zwar zeige ich euch jetzt, beziehungsweise dir, das iCrymax-Jump'n'Run. Das ist der iCrymax-Parcours. Und den schaffen nur richtige Paulberger. Und ich würde sagen, wenn du ein richtiger Paulberger bist, dann bleib jetzt dran. Und ich zeige dir das Parkour, beziehungsweise das richtig krasse Jump'n'Run, was nur im Kopf von iCrymax ist. Und dafür müssen wir, oh Gott, hier entlang laufen. Auf die andere Seite der Stadt. Denn dort befindet sich ein riesiger iCrymax-Kopf. Habt ihr ihn eigentlich schon kennengelernt? Und ich glaube, ihr habt bislang nur meine beiden Kinder kennengelernt, oder? Naja, jetzt bin auf jeden Fall ich dran. Und ich zeige euch jetzt den Parkour. Und da sind wir auch schon angekommen, Freunde. Ihr seht, hier bin ich. Und Eröffnung des iCrymax-Jump'n'Run. Und dafür haben wir diesen riesigen iCrymax-Kopf, Freunde. Ihr seht, da ist auch richtig viel drin. Und hier ist nochmal so ein kleiner Kopf. Und heute ist die Eröffnung. Das heißt, ihr seid die Ersten, die dieses Jump'n'Run hier, dieses iCrymax-Jump'n'Run sehen. Und ich würde sagen, das zeige ich euch direkt. Und zwar müssen wir hier rein. Und es geht schon direkt los. Viel Spaß. Finde den Eingang. Und, Freunde, ihr müsst jetzt überlegen, wo könnte sich hier der Eingang befinden? Vielleicht hier? Vielleicht hier? Ich denke, unter einem von diesen Blöcken wird es sein. Ich glaube, der hier, Freunde. Guck mal. Der sieht ein bisschen komisch aus. Den kann man nicht so abschlagen wie den hier. Oder? Nee, Freunde, das wird der Block sein. Also, wir gehen rein ins Jump'n'Run. Und, wow, und hier sind ja noch die ganzen Freunde von iCrymax. Hier ist zum Beispiel Banks, Freunde. Banks ist auch richtig cool. Ich liebe seine Videos. Aber, naja. So, ich würde sagen, wir machen das erste Jump'n'Run hier. So, und jetzt hier hoch. Okay, als nächstes müssen wir auf die Leiter springen. Ich hoffe, wir schaffen das. Das Jump'n'Run ist auch übrigens ziemlich, ziemlich schwierig. Aber, naja, komm. Freunde, also Anlauf nehmen. So, und jawohl. Wir haben es geschafft. Wir sind auf der Leiter. Und was denkst du? Was bekommt man denn, wenn man das Jump'n'Run geschafft am Ende? Naja, hier ist auf jeden Fall Banks. Und er schaut uns hier zu. Und als nächstes ist hier a wife, Freunde. Hier ist die Stufe von a wife. Jetzt schaut uns er hier zu. Und ich als Mama, beziehungsweise als Mama von der iCrymax-Fanile, kennen ja die ganzen Freunde hier. So, und die nächste Aufgabe beginnt wieder mit einem Sprung an die Leiter. Freunde, das war aber knapp. Ich wäre fast in die Lava geflogen. Aber zum Glück haben wir es noch geschafft. Und der nächste Sprung ist... Puh, das ist schon spannend hier. Aber, naja. So, und hier ist a wife. Der schaut uns auch an. Und was hat er denn da für einen komischen Skin? Weißt du das? Ich kenne ihn nur anders mit seinem normalen Skin. Naja, keine Ahnung, was die beiden da schon wieder getrieben haben. Die beiden sind ja auch richtig gut befreundet. Also iCrymax, mein Mann und Lucas a wife. So, und wir gehen direkt auf die nächste Leiter hoch. Und haben auch die nächste Stufe geschafft, Freunde. Und ich bin gespannt, was die Stufe 3 sein wird. Jetzt haben wir Stufe 1 geschafft. Stufe 2. Und jetzt kommt Stufe 3. Und das ist... Puh, Freunde. Hier ist Paluten. Palle. Okay, Freunde. Ihr seht, das iCrymax Parcours, beziehungsweise das iCrymax Jump'n'Run ist voller... Ja, was soll man sagen? Voller News. Hier gibt es immer was Neues. Und voller Abwechslung. Und wir müssen aufpassen, Freunde. Wir dürfen nicht auf die falsche Mine treten. Sonst explodiert hier alles. Also, wir müssen vorsichtig sein. Wir machen den ersten Sprung hier drauf. Und, Freunde. Da unten ist LumiLumex. Da freue ich mich aber auch drauf, den noch zu treffen später. Aber erst dann müssen wir mal hier entlang gehen. Ich hoffe, ich löse nichts aus. So, wir tasten es ein bisschen ab. Ey, Palle. Wo müssen wir denn entlang gehen? Ich glaube, hier vielleicht. Okay. Okay, Freunde. Also, hier passiert schon mal nichts. Ich glaube, das hier könnte der richtige Weg sein. Jetzt nochmal hier entlang. Ja. Das sieht gut aus. Und wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind in der letzten Stufe jetzt angekommen. Das heißt, noch einmal. Und ich bin gespannt, was Lumi uns zu zeigen hat. Lumi. Lumi. Wo bist du denn? Wow, Freunde. Guck mal. Hier ist Lumi. Ich liebe Lumi. Und hier ist einfach noch ein Tresor und Erze. Vielleicht erwartet uns ein riesiger Schatz da hinten dran. Ich glaube, ein Schatz hätte ich verdient. Denn der iCrymax, der möchte sich jetzt noch ein neues Auto kaufen. Also bleibt unbedingt dran, ob er sich einen neuen Lamborghini kauft. Der hat ja momentan schon einen gehabt. Oder einen Rolls Royce. Und jetzt geht es aber erst mal hier weiter. Und nein, 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 nein. Oh Gott, das war aber knapp, Freunde. Ich wäre einfach in die Lava geflogen. So. Das heißt, wir müssen jetzt so weitermachen. Und noch einen letzten finalen Sprung, Freunde. Und dann können wir die Schatzkammer öffnen. Ich hoffe so sehr. Da sind Diamanten drin. So. Und geschafft, Freunde. Hallo, Lumi. Wie geht's dir? Schön, dich wiederzusehen. Ich bin's. iCrymax, die Mama. iCrymax, Mama. Und jetzt öffnen wir den Tresor, Freunde. Und dahinter befindet sich eine Truhe. Und was ist da denn drin? Da sind überall Diamanten drin. Smaragde, Gold und richtig viel Zeug, Freunde. Das nehmen wir uns alles mit. Und ich würde sagen, freut mich, dass ihr dabei wart. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Denn jetzt kommt iCrymax. Und ich bin gespannt, was der euch zu zeigen hat. Mit dem wird's auch immer richtig spannend. Ich glaube, er kauft sich ein neues Auto, meinte er. Und dazu wieder noch ein richtig cooles Rennen fahren. So, Freunde. Das nächste Video wäre auch aufgenommen. Und, äh, da seid ihr ja schon. Hi. Ich bin der Papa iCrymax. Ihr seid hier gerade voll in meiner Aufnahme geplatzt. Aber das ist kein Problem. Ihr seht ja, hier ist mein Setup. Hier sind meine Playbuttons. Danke für die eine Million Abonnenten hier. Einige Awards habe ich schon von YouTube bekommen. Und ja, hier zocke ich immer und nehme die Videos auf. Und heute, hier sieht auch mal meine Kamera. Und heute möchte ich mir mal ein neues Auto kaufen. Und ich hoffe, dass du dabei bleibst und mir hilfst. Denn anschließend möchte ich auch noch ein riesig, riesig cooles Rennen damit fahren. Also bleib unbedingt dran. Und wir gehen jetzt gemeinsam zum Autoverkäufer. Und schauen uns mal an, ob es neue Autos gibt. Und du darfst natürlich auch gerne mal dein Lieblingsauto in die Kommentare schreiben. Ich liebe Lamborghinis. Und so einen könnte ich mir hier in unserer Garage auch gut vorstellen, Freunde. Oder? Hier so ein Lamborghini. Das denke ich wäre schon ganz cool. So, ich würde sagen, wir suchen mal ganz kurz den Laden, wo man sich die Autos kaufen kann. Denn der müsste irgendwo da vorne sein, Freunde. Und habt ihr schon die anderen Familienmitglieder kennengelernt? Wie meine Frau, meine Kinder. Die sind auch voll nett. Ich hoffe, die waren lieb zu euch. Wenn nicht, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren sagen. Und hier sind wir schon beim Autoverkäufer. Und hier müsste der Verkäufer sein, Freunde. Und, oh mein Gott, schaut mal, wie cool der aussieht. Das ist einfach eine Ente mit einer coolen Sonnenbrille und einem Anzug. Naja, wir fragen ihn mal ganz kurz. Hey Kumpel, die Preise für die Autos stehen auf den Schildern. Ja, okay, perfekt. Ich würde sagen, dann schauen wir mal, welches Auto wir uns heute kaufen, Freunde. Und, oh mein Gott, wir haben hier zur Auswahl einmal ein Motorrad. Das kostet 30 Euro. Das heißt ja, 30 Dias. Dann hier einen Lamborghini, Freunde, für 1000 Dias. Okay, und hier steht nochmal ein kleines Go-Kart für 10 Dias. Und wir gucken mal ganz kurz. Ja, Freunde, das geht auf jeden Fall. Das ist schon richtig schnell. Und der Arbeiter schaut uns hier an. Ich glaube, wir müssen uns für einen entscheiden, Freunde. Und ich glaube, ich sollen wir uns den Lamborghini kaufen, Freunde. Also, wir machen es so. Wenn du möchtest, dass ich uns den 1000 Diamanten Lamborghini kaufe, dann lass mal ein Like da. In 3, 2, 1, jetzt. Okay, danke. Jetzt kaufe ich den 1000 Diamanten, Lambo. Und dafür müssen wir uns aber noch ganz kurz Diamanten holen, Freunde. Ihr seht mein Inventar. Ich habe hier nur eine Truhe noch dabei. Aber Diamanten sind eine Fehlanzeige. Aber dafür habe ich eine Idee. Und das musst du für dich behalten. Bitte, bitte, bitte. Denn das ist dann unser Geheimnis. So, wir gehen mal ganz kurz in dieses Häuschen hier rein, in unser Haus. Und ihr seht, Freunde, hier unten ist ein Schild mit Betreten verboten. Das heißt, hier darf keiner reingehen, außer der Papa der Familie. Und das bin ich. So, wir öffnen mal ganz kurz die Türe und gehen hier runter. Schnell wieder abschließen. Das dürft ihr übrigens nicht meinen Kindern und meiner Frau sagen. Das ist jetzt dein und mein Geheimnis, okay? Und ihr seht, hier ist eine riesige Tür. Und wenn ich die Tür öffne, so seht ihr, ist hier eine Truhe. Und in dieser Truhe befinden sich meine ganzen Diamanten, Freunde. Und die nehme ich jetzt alle mit, dass wir uns den Lamborghini zusammen kaufen können. Denn ich bin unbedingt so gespannt, wie viel der Lamborghini dann, wie viel PS der hat, wie schnell der wird und alles drum und dran. Und ich hoffe, dass es dir das gefällt, dass wir einen Lamborghini kaufen. So, wir gehen schnell wieder zurück zum Verkäufer, geben ihm die Diamanten. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir einfach diesen Lamborghini gleich fahren können. Aber, Freunde, ihr müsst vorsichtig sein. Lamborghinis sind extrem schnell. Da kann auf jeden Fall was passieren. So, wir legen hier mal ganz kurz die ganzen Diamanten rein. 1000 Diamanten, das sollte passen. Der Rest ist Trinkgeld, der Herr. Vielen Dank. Und so, wir holen uns nochmal ganz schnell den Schlüssel hier raus. Ich glaube, der müsste hier sein. Und so, Freunde, ihr seht's. Wir haben uns jetzt den Schlüssel geholt für den Lamborghini. Den blauen Diamant-Lamborghini. Und wie cool sieht der eigentlich aus? Ich glaube, das ist auf jeden Fall 1000 Diamanten wert gewesen. Und jetzt, Freunde, gehen wir direkt rein und machen eine kleine Spritztour. Schaut euch das mal an, wie cool das hier aussieht. Oh mein Gott, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen direkt los. So, und wir fahren nun mit dem Lamborghini, Freunde. Schaut euch das mal an, wie schnell der ist. So, wir gehen in die Kurve. Immer vorsichtig sein und abbremsen. Okay, Freunde, schaut euch das an. Wir fahren mal in der Sicht hier. Oh mein Gott, wir sehen einfach aus wie der größte reiche Mann in Minecraft. Ich bin's, der Papa-Eye-Crimex. So, und ihr seht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein Unfall. Nicht so schnell. Nicht so schnell. So, Freunde. Also, das ist also nun unser neues Auto. Und ich würde sagen, ich mache noch ein kleines Rennen. Wer als erstes wieder beim Laden ist. Beim Autoverkäufer. Drei, zwei, eins. Und ey, nicht ins Auto reinfahren. I-Crimex. Nein, 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 nein. Ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist dann doch eine Nummer zu schnell für mich vielleicht. So, also. Drei, zwei, eins. Und jetzt geht's los, Freunde. Haltet euch fest. Das ist eine richtige Spritztour. Und wir haben's geschafft. Wir sind über der Ziellinie. So, Freunde. Also, ich würde sagen, das war das Auto. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da für die I-Crimex-Familie. Macht's gut und tschüss.